Der Olives Tod als einen neuen Anfall für dich sehen. Du hast jetzt die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Ich will aber kein neues Leben beginnen. Lucy, du hast versprochen, dass du tapfer sein würdest. Sie haben gesagt, ich müsse tapfer sein. Ich habe gar nichts versprochen. Du wirst keine andere Wahl haben, als tapfer zu sein. Es ist nämlich kein Geld mehr da. Was hat denn tapfer sein mit dem Geld zu tun? Jetzt sind wir endlich allein. Oh, Tante Gwen. Glaubst du, dass es Geiste gibt? Geiste? Wie kommst du denn darauf? Ach, nur so. Am besten denkst du gar nicht darüber nach. Geister können sehr unangenehm sein. Ich habe oft den Eindruck, als ob sie von irgendwas besessen wäre. Weißt du eigentlich nicht, wie komisch du bist? Ist ja auch kein Wunder. Immer mit einer alten, schrulligen Tante. Du hast überhaupt keine Ahnung. Jetzt ist aber Schluss. Lucy. Mein Gott, ich bin nicht abergläubisch. Du bleibst hier. Hast du nicht gehört? Du bleibst hier. Komm zurück, Lucy. Komm zurück. Untertitelung des ZDF, 2020